Und hier noch einmal die Auflistung aller Vorteile, die ihr mit Chatbots habt und zwar dein Kunde oder euer Interessent kommuniziert mit euch auf die gleiche Weise wie mit seinen Freunden. Also um das mal gegenüber zu stellen mit E-Mail Marketing. E-Mails bekommt man sehr, sehr viele, das kennt ihr selber und oft sind natürlich E-Mails von irgendwelchen Shops zum Beispiel, wo man mal gekauft hat oder irgendein Newsletter, wo man sich eingetragen hat. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, der Messenger, der Facebook Messenger, aber auch andere Messenger wie WhatsApp, die werden dazu genutzt, um mit Freunden zu kommunizieren. Und das ist der gleiche Kanal, mit dem ihr jetzt zukünftig, wenn ihr euren Chatbot gebaut habt, mit eurer Zielgruppe kommunizieren könnt. Und eure Kunden werden vorqualifiziert durch das Gespräch in eurem Messenger. Das heißt, sie werden zu einem gewissen Thema schon vorab informiert, bzw. wenn ihr zum Beispiel am Ende auf eine Opt-in-Seite leiten wolltet, wo ihr ein Lead Magnet anbietet, könnt ihr zum Beispiel vorher die Leute informieren über euer Produkt oder über eure Dienstleistung. Und dadurch schaltet ihr dann, bzw. ihr schickt dann keinen kalten, sondern vorgewärmten Traffic, also Leute, die vorqualifiziert sind, auf die Seite, wo ihr am Ende quasi landen möchtet. Und ein weiterer Punkt ist Partyprinzip versus 7-Kontakte-Regel. Bedeutet, also 7-Kontakte-Regel besagt ja, dass ein Kunde durchschnittlich erst beim 7. Kontakt mit dir etwas kauft. Nehmen wir mal als Beispiel, du verkaufst zum Beispiel selbstdesignte T-Shirts. So, und jetzt schaltest du zum Beispiel Facebook-Werbung für deine T-Shirts und bis jemand ein T-Shirt bei dir kauft, muss er durchschnittlich, das ist ein erwiesener Wert, muss er durchschnittlich 7-mal auf deiner Webseite landen. Und klar, wenn du Facebook-Werbung schaltest, musst du natürlich auch 7-mal dafür bezahlen für die Klicks, das auf deiner Webseite landet. Und das Partyprinzip hingegen ist quasi eine 1-zu-1-Kommunikation, die ich euch mal wie folgt beschreiben möchte. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Party. Und die Person, nennen wir sie jetzt mal einfach Susi, ein Mädel, die jetzt bei Facebook eure Werbeanzeige gesehen hat und ja, durchschnittlich beim siebten Kontakt erst kauft, die trefft ihr jetzt auf einer Party, die vorher nicht gekauft hätte bei einer Werbeanzeige. Und auf der Party kommt ihr ins Gespräch mit Susi und erzählt ihr, was ihr so macht. Und dann sagt sie, dass sie sich auch für Mode interessiert. Dann erzählt ihr, was denn ihr genau für T-Shirts designt und sagt hier Motivationssprüche. Und sie sagt auch, ich bin auch total ein Fan von Motivationssprüchen. Und dann ist sie natürlich extrem auch wieder vorqualifiziert oder sagen wir mal vorgewärmt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Susi dann eins deiner T-Shirts kauft, ist natürlich deutlich höher, wie wenn du Facebook-Werbung schaltest und sie erst siebenmal auf deine Seite bekommen möchtest. Und das ist quasi das Partyprinzip. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass dieser Dialog, den du auf der Party führst, den kannst du so gesehen auch mit deinem Chatbot führen. Es ist zwar nicht eins zu eins unter vier Augen, aber dieser Dialog, den kannst du natürlich genauso gestalten, auch mit Bildern und dadurch, dass du zum Beispiel wirklich sehr authentisch auch so sprichst, wie du auf einer Party mit jemandem sprechen würdest. Und ja, das kann eine Vorbereitung sein, wie gesagt, für Landingpages oder auch Salespages. Und ja, es gibt sich, es ergeben sich viele Möglichkeiten zur Lead-Generierung, wie ich auch gerade schon vorgestellt habe. Also ob du jetzt einen Abonnenten für deinen Messenger haben willst, was man damit machen kann, das erkläre ich gleich auch nochmal in den Anwendungsbeispielen. Oder einen klassischen Lead, der dir seine E-Mail-Adresse hinterlässt. Oder einen Käufer zum Beispiel. Und da hast du wirklich sehr viel verschiedene Möglichkeiten mit dem Messenger. Und eine Sache möchte ich hier mal ganz klar herausstellen. Und das sind die enormen Öffnungsraten, die ihr habt, wenn ihr mit einem Chatbot arbeitet. Und wie gerade schon erwähnt, E-Mails kommt ja ohne Ende in eurem Postfach. Und bei E-Mails gibt es eine Öffnungsrate durchschnittlich von ca. 25% und bei eurem Messenger, bei eurem Facebook Messenger, sind die Öffnungsraten gewaltig. Und ihr erreicht Öffnungsraten von 90% und noch mehr bei einem erneuten Kontakt dann, wenn ihr das erste Mal mit jemandem geschrieben habt. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil von Chatbots, dass, wie gesagt, dadurch, dass ihr euch auf einer Plattform befindet, mit eurem Unternehmen, mit jemandem kommuniziert, über einen Kanal, mit dem derjenige normalerweise über seine Freunde kommuniziert, habt ihr diese enormen Öffnungsraten. Und so gesehen habt ihr auch, kann man sagen, ein kostenloses Retargeting. Das heißt, ihr schaltet zum Beispiel Facebook-Werbung und jemand klickt auf die Anzeige und kommt dann auf euren Chatbot und spricht mit ihm. Und danach wird er zum Beispiel auf eine Landingpage geschickt, wo auch zum Beispiel wieder ein Lead Magnet ist. Und wenn derjenige den Lead Magnet nicht downloadet, dann könnt ihr jetzt, dadurch, dass er einmal mit euch geschrieben hat, könnt ihr ihn erneut zum Beispiel ein, zwei Wochen später wieder über Facebook retargeten und quasi wieder über den Messenger anschreiben und ja, so erneut in einem Dialog mit ihm treten.